Die Technische Hochschule Bingen ist eine Hochschule des Landes Rheinland-Pfalz. Sie ist die einzige Hochschule in Bingen am Rhein und die einzige im Landkreis Mainz-Bingen. Geschichte Die Technische Hochschule Bingen wurde 1897 als rheinisches Technikum von Hermann Höpke gegründet. Die gute Infrastruktur und die landschaftlich reizvolle Lage am Zusammenfluss von Rhein und Nahe waren entscheidend für die Standortwahl. Seit damals wird den Studierenden eine praxisnahe Ausbildung in technisch-naturwissenschaftlichen Fächern geboten. Das Spektrum des Angebots reicht von traditionellen Ingenieurwissenschaften über die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bis zu einer breiten Auswahl biologisch-naturwissenschaftlicher Studiengänge. Dialog und Kooperation mit Unternehmen, Institutionen und Verbänden der Region gewährleisten den starken Praxisbezug und die Orientierung der Lehre an den Anforderungen der Industrie und Wirtschaft. Standorte Standorte Heute gibt es zwei Standorte der TH Stadtgebäude Rochusallier 4 Bingen Stadt Campus Berlinstraße 109 Bingen-Büdesheim Fachbereiche Fachbereiche Agrarwirtschaft Biotechnik Energie- und Prozestechnik Umweltschutz Angewandte Bioinformatik Regenerative Energiewirtschaft Landwirtschaft und Umwelt Energie- und Gebäudemanagement Energiebetriebsmanagement Fachbereich 2 Informatik Mobile Computing Angewandte Bioinformatik Elektrotechnik Informationssysteme Maschinenbau Mechatronik Automobilsysteme Wirtschaftsingenieurwesen